Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Mann, das ist einfach so cool! Let it rip! Es ist Zeit für einen Rush Launch! Hey, Moment, was hat er da gerade gesagt? Das darf doch nicht wahr sein! Ja, das ist super! Wir haben es geschafft, Valtryek! Unser allererster Sieg! Lass uns so weitermachen, Partner! In der zweiten Runde der WWW-Arbel-Klückermeisterschaft kämpfe ich gegen Ken, einen wirklich starken Blader! Es ist aus und vorbei! Der Geheimfavorit wurde aus der Spur geworfen! King Cavaliers! Survivor finish! Was habe ich getan? Wie konnte ich einen so wichtigen Kampf verhauen? Ein Held gibt niemals auf! Ich fang gerade erst an! Dieser Battle ist noch nicht zu Ende! Let it rip! Valtryek! Und einfach so hat sich Valtryek erholt! Es wird Zeit, Cobaliers aus der Arena zu werfen! Hmm! Ciao!